Ich finde es so witzig, dass du einfach diesen blauen Punkt unter deinem Skin hast. Das ist so ein einzelner... Nee, kannst du nicht sehen. Das ist unter deinem Hals. Das ist so ein einzelner blauer Punkt. Den hatte ich auch vorhin gesehen, als ich deinen Skin bearbeitet habe. Ja, das ist ein ganz mieser Ausschlag. Möchte ich nicht drüber reden. So, und damit geht es weiter mit Harry Potter, Witchcraft and Wizardry. Was haben wir denn eigentlich? Go to the Charms Classroom, hey. Stopp, 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 stopp. Warte mal, Charms? Achso, da schon wieder. Au. Au, warte mal. Stopp mal eben. Nein, jetzt ist meine schon. Okay, ähm, Charms. Aber warte mal, da können wir uns einfach hinterher putieren. So, ah, jetzt geht es los. Welcome back to my class. In this lesson, you will learn the spell Brachium Amando as another way to restore your health after a fight. Hm, where's Amanda? Set up an area of... What? The health of Harry Potter and Einstein, and I believe later. Guten Tag, Amanda. Guten Tag. Jetzt im Teufel ist Amanda. Achso, dann kämpfen wir jetzt auch. Oh nein. It's already bright enough. Hä? Aber das wollte ich auch gar nicht, oder? Was? Was? Wave 2? Oh nein. Ah! Ja! Als ob, Leute! What the fuck? Ich bin nicht gut mit Spinnen. Oh, du bist tot. Alter, Alter! Ich kau' nicht weg. Ich kau' nicht weg. Ja, moin, Alter. Okay, dann muss ich wohl mit dem Schwert durch. Ah, aber die Musik ist auch geil. Ja, und extrem laut in meinen Ohren. Ja, das stimmt schon, aber die ist schon episch. Achso, ich bin auch vergiftet. Oh Gott. Dementoren, ernsthaft? Aber wir haben doch noch gar nicht... Wer ist Dementoren? Ich weiß nicht. Sie sehen auf jeden Fall so aus, aber... Du kannst dich auch einfach durch die Fallen laufen lassen. Geh durch. Und zack. Oh nice. Hab ich gar nicht gesehen. Ja, moin. Zauberer mit dem Schwert. Das bin ich. Zauberer, der einfach nur mit dem Stab schlägt. Das bin ich. Okay. Letzte Wave? Final Wave. Das ist der Wave. Aber lockt hier auf jeden Fall über die Fallen. Das macht nämlich viel. Bist du tot? Ja. Ich bin schon fünfte oder nächste Mal. Bin ja zum Glück nicht bestraft, aber... Der Schädel hat mich... Achso, du bist auch tot. Der Schädel hat mich defeated. Mann, ich wollte doch die Sachen noch da einsammeln. Wie soll das? Ich auch. Excellent. The Charm Brachio Memento is now unlocked. Ten points to Hufflepuff. Oh, I'm afraid my schedule is quite occupied. But there might be another student who can teach you something. One of my students, Hermione Granger. You can probably find her in the library. Hm. Okay. Ich glaube, du musst wahrscheinlich auch noch mal mit dem Blumen. Ja. Okay, ich will das. Ich versuch gerade. Kannst du mich einfach da hinter reputieren? Extracurricular? Extracurricular. Extracurricular Learning. Okay, jetzt habe ich es. Frog. Ich weiß nicht, wie Chor ausgesprochen wird in Englisch. There seems to be disagreements about the meeting time for Frog. Chor. Practice. Wir helfen jemandem etwas aufzuhängen. Damit die Leute zu ihrem Meeting kommen. Das hört sich einfach an. Hang the papers on four-nighters boards around Hawkins. Achso. Ah. Okay, einfach an sowas dran. Was war das? A lovely letter? Eins habe ich dran. Nee, Frog Core. Frog Core. Ich finde bisher noch kein neues. Ich finde auch kein neues. Oh nein. Bin ich hier wieder dran. Nein, nein. Das ist der Raum mit dem bösen Büchern. Da will ich dich nicht hören. Oh, der hat ein Fragezeichen übergekommt. Kann ich dir helfen? Hm. Okay, das ist ein Fragezeichen. Okay, das ist ein Fragezeichen. Mit klü? Das ist das Determined. Ja. Das ist das Determined. Das ist das Determined. Ich glaube ich. ich lauf mal hier über die Brücke. Achso, jetzt bin ich in der großen Halle. In der großen Halle gibt's doch bestimmt ein schwarzes Brett. Halla, ich bin auf Dumbledore in den Stuhl. Komm, auf so langen Weg sollte doch mindestens ein schwarzes Brett sein. Ich krieg ja immer mehr Legs als schwarzes Brett. Sehr schön. Oh, ich hab grad deinen Namen gesehen. Oh nein, nicht schon wieder. Achso, hier hab ich eins gefunden. Speak to Lisa Turpin. Weißt du, wer Lisa Turpin ist? Ja, zumindest dem Pfeil nachzufolgen bestimmt. Ah stimmt. Ich hatte ja mit der gesprochen letztes Mal, aber keine Ahnung. Okay, dann wollen wir mal dem Pfeil folgen und dann treffen wir uns bei ihr. Ja, wenn wir es hinkriegen. Ja. Ja, ich hab's gefunden. Did you hang up the schedules? Great, let me thank you. Here, take this. Ah, nice. Ich seh dich, warte, ich komm gleich zu dir. Au. Hallo. Wow. Muah. Ah ja, danke. Sehr, sehr schön. Ähm. Du hast gelernt wie's geht. Würde ich sagen, ich hatte los neue Zaubersprüche zu lernen und deswegen nach Hermine gehen und ich hab's gerade schon die Quests ausgerüstet, die ist über uns. Okay, dann fliege wir los! Ha! Ah. Da ist sie. kenkami. Da kept ich. Ja, auf nach Hogsmeet. Wo bin ich? Achso, jetzt bin ich wieder. Das ist ein Piano. Oh nein! Was passiert? Weiß noch, als ich das letzte Mal gesagt habe, wir sind zu gierig. Diesmal kamen Bücher raus. Okay, kannst du hier raus. Okay. Ich glaube hier rechts, oder? Rechts? Achso. Entrance Gates. Gibt es hier keinen Weg, auf dem man bleiben kann? Ah doch, hier gibt es einen Weg. Ich weiß es nicht. Wenn du durch das richtige Gate gelaufen wärst, hättest du auch gesehen. Ja gut, aber ich nehme gerne abkühlt zurück. Hier. Aber dann könntest du Tools verpassen, die auf dem Weg liegen. Scheiße. Da bist du. Ich sehe deinen Namen. Verdammt. Wie wir das gleiche gedacht haben. Wo bist du? Achso. Discovered Road to Hogwarts. Okay. Ähm. Was passiert denn gerade? Achso. Hä, ich dachte alles ist dunkel, aber ich war einfach nur in deinem Charakter drin. Du warst hier mehr drin. Ich wollte dich nicht darüber nachdenken. Ich wollte schon sagen, hier kommt jetzt eine Katze. Na komm mal. Schneemänner. Noch ein bisschen kaputt. Als nächstes... Au! Hallo. Hallo. You're headed to Hogsmeade or back to the castle. Goodbye. Hallo. Hallo. Hogsmeade entrance gate. Alles geil, das ist halt wirklich so ein kleines Dorf. Ach, ich hab Luna Lovegood gefunden. Neville und Ginny. Die ist auch überall. Oh, Ron. Hi there, I'm Ron Weasley. Das erkennt man vom Weiten her. So Ron Weasley ist mit seinen Stolenoblick. Errol, die Familie O. Just arrived with a letter from mom. She's having problems with a toad infestation. I suppose we can go there now. These toads can be tough and she did sound pretty stressed out in a letter. Okay. Bei einer Mission müssen wir Toads suchen, bei der anderen Toad. Am besten nicht verwechseln. Okay, wenn du mit Ron sprechen willst, dann können wir schon mal zu seinem... Burrow. Nicht seinem Büro, sondern... Burrow. Travelen. Wird dann nämlich eben hingehen. Ja, ich war jetzt gerade in den ersten Laden, glaube ich, gegangen. Hatte da eine Quest angenommen. Dass ich für den Typen ein bisschen Werbung machen soll. Und jetzt guck ich gerade, was es hier zu kaufen gibt. Oh, das ist nice. Sag mal, von was werde ich die ganze Zeit angerufen? Weiß ich nicht. Ach, die Toads. Alter, ich hab jetzt keine Zeit dafür. Wir machen nochmal andere Mission. Oh, oh. Die Quest, die ich gerade angenommen habe, Travel to London. Mach mal einfach so. Ah. Die Toads sind gefährlich. Hilfe. Ich will doch nur zurück. Hilfe. Hogwarts. Nein. Ähm. Hogsmeade. Was ist das denn? Was ist das denn? Warum? Ich bin ne Mike. Ich bin ne Mike. Ich bin ne Mike. Äh, gibt's hinten im... Also wenn du von hier einfach nach hinten läufst und dann rechts ins Sanko-Sanko sein Laden. Und dann gibt's auch, ähm, ne Löwenmaske und ne Eulenmaske. Okay, du kannst Fireworks. Oh. Oh. Geld ausgeben für unnötiges Zeug. Oh. Bonjour. Ah, ah. Oui, oui. Bonjour. Baguette, baguette. Wir sind aus, Linde. Wir müssen gucken. Wo ist... Weil es zuerst gibt die diese schöne Stadt. Jetzt. Haha. Okay, der passt echt super auf deinen Kopf drauf. Hahaha. Nice. Wuhu. 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 Ich kann mit dir nicht machen. So. Do you need any help? Very, very busy this time of year. So we are a bit behind on letter delivery. You could get some letters out of... Put up, spewflies. Okay, also anscheinend wollen wir wirklich viele Leute Flyer aufhängen einfach. Dass das... Ja, wir sind die Flyerboys. Dass Magie das nicht regeln kann.